1. Säure 1. Säure noch eine höher die klinke in der hand nehmen jungen die haben eine macke oder oder latschen dagegen die latschen dagegen und dann geht die waffen sicher ist alle scheiße aber normal der macht die offensie oder was ich weiß ja ich habe heute augens käft unten im bunker Der hat dann dauernd die Tür aufgemacht. Tür auf, Tür zu, Tür auf, Tür zu. Und dann habe ich ihn erschossen. Da hat es ihm gereicht. Geil. Das war dann ganz fit, das war ich auf alle Fälle. Geil. Geil. Gefälst, AKS 470 Uhr, geil. Oh, ich hätte den Alte genommen, das ist der Arschler. Da muss er hier sein. Tür und Mann. Wer ist er nicht? Ich hätte gedacht, der ist ganz unten. Tür nicht irgendwo? Ne. Muss man hier noch schließen. Eins war öffnet. Da war aber 5 Schlüssel. Du musst doch mal gucken, ob du alle besucht hast. Ja, ja. Ach nee, stimmt, ich habe 4 Schlüssel. 4, genau. Einfach nur, genau. Easy, easy. Mach das. Ich höre das, ich höre das runter. Ja. Beieben. Das klingt wie seine Maus. Ich guck jetzt mal, da geht mir auf den Zünder, Alter. Da ist ganz unten, glaube ich, der Idiot. Klingt wie so eine Maus. Da könnt ihr jetzt mal hochkommen. Kack mal aus, so wie vorhin. Ich gehe jetzt runter, knall den ab. Wir sind gerade vor. Ja. Die könnten mal alle hochkommen. Ich guck mal runter. Die müssen eh runter, weil wir ja im Bunker waren. Ja. Ja. Bist du jetzt hier die Treppe runtergelaufen? Ja, ja. Genau. Nein, hier frei. Die hier frei. Nein, wo wir sind hier. Naja. Die Treppe. Die mal hochgehangen sind. Genau. Hier ist aber kein Bier. Hier. Das ist da wahrscheinlich. Unten im Keller war was. Ja, hier ist es nicht da oben. Ja, war der links schon, oder? Oh! Der hat mich umgelegt. Da fuhr um so um. Also. Das. Alter. Was denn? Sovordercase. Nee. War ein BMC mit der P90. Boah, das dumme Schwein. Ey, ist das dumm. Na klar ist das dumm. Hat mich umgelegt. Das Arschloch. Aber wie? Wie du weggefallen bist, Alter. Focka. Alter. Oh, ein kleines Bohnen. Ja, ist doch wunderbar. Ja. Es wird jetzt auch irgendwie bei mir aus ja richtig beschissen, Alter. Ich versteh das alles nicht. Wollen wir uns gleich rummachen? Mhm. Was hab ich gesehen? Ich bin auf keinen Seite. Ich kann auch noch mal funktionieren. Das kann nicht noch mal funktionieren. Okay, hier kann ich mich deswegen machen. Ich bin so dumm. Ich kann stehlen nicht früher mal aus. Ich kann mich gewinnen für mich. Ich kann mich auf jeden Mal vor dem Hacken. Ich kann mich nur noch mal aus. Ich kann mich wie auf jeden Fall nach. Ich kann mich noch mal aus. Ich kann mich nicht mehr aus. Das war's. Willst du was da immer rumhängen? Wo? Wo sind denn die? Oh, ich glaube, ist jemand da. Ich halte der hier oben den Rhythmus frei. Sag Bescheid, wenn du auf die Treppe hochgerannt kommst. Hey, man will nicht sterben, warum? Oh, Hilfe. Ich greife an. Soll ich dir helfen? Ja. Wo bist du? Ich bin gleich tot, ich bin gleich tot. Nein. Ja, wir haben gepusht. Aber einen hab ich. Das waren sie, der Räder. Zwei ist noch da. Einer fast tot. Der hat verlief noch. Alter, da sind wir nicht in Generei. Aber ich hab meine Missionen. Die Tonnen waren es. Wie schissen ist die Granade geflogen, Alter? Einen Bär hab ich und einen Räder. Doch, noch mehr. Die Granaden hoch, zwei Stück mitten in die Reihen und ist nichts passiert. Die schmeißen ja Granaden in die Arschgeiten. Ja, ja. Die drehen fällig gut. Die Rassen fällig fast. Fünf. 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 Das ist hier unten Krieg ausgebrochen auch noch. Ja, wir werden völlig frei. Und da liegst du unter der Elke wie so ein Waschlappen. Uhm. Du hältst dir noch die Augen dazu? Er kam mir vor als wären eher den 10 Mann gewesen. Nein. Geh das Mech wechseln, du Idiot. Ja, mach Chemisch, dort unten kannst du Chemisch machen. Ich hab den da hinten zusammengefrackelt, der ist weggerannt. Alter, die sind nicht ganz dicht. Ja, das ist weggerannt. Oh, das geht mal. Ich hole das hier bis dahin von hinten. Was ist denn das? Wie haben sie das? Wie ist das? Wie ist das? Wie ist das? Wie ist das? Ich할Side! Auf geht's! aber Ich habe mir einen Arm mitbefassen. Eine Granate habe ich sie. Störb da mal nicht. Ich schieße den PS in die Fresse, Alter. In meinen Zweckmann hat man noch keinen Effekt gestanden da mittendrin. Aber irgendwie nichts gemacht. Die Stadt, willkommen! S*** J***, wir sind hier! Gehen uns jetzt vorweg, Alter. Okay. Das ist alles. Ey, was sind das für Recken? Das sind doch keine Reiter, Alter. Die sind völlig überzeugt. Das ist doch kluger oder was? Ja, keine Ahnung. Von der Stärke her, ja. Die drehen völlig frei. Wie gesagt, wir dritt gepusht wie die Bekloppten, durch die Granaten gerannt, alles. Die spinnen. Oh ja! Oh ja! Oh ja! Oh ja! Oh ja! Oh ja! Ich spinne einfach! Oh! Oh! Nee! Total! Ich hoffe, die laufen jetzt nicht weg. Mhm! Scheiße! Das 95er Haus brauche ja! Mhm! Das stimmt! Oh ja! Oh ja! Bandit, прямо! Oh ja! S***a, j***a! Hier liegen nur noch Tote draußen. Ich glaube ich habe alle erschließen. So, jetzt habe ich Progestoßen. 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 So, jetzt habe ich nicht so Probleme hier. Na ja, komm. Normalerweise fallen die irgendwie gefliegen, aber die nicht. War irgendwie komisch. So, jetzt habe ich noch etwas Kressen dazwischen. So, jetzt habe ich Progestoßen. Also, jetzt habe ich Progestoßen. Das war uns nicht der Letzte, der hat er auch vertragen, bin ich dumm oder was? Ich schieße mich auf PS und PP und die rennen hier alle rum, und ich bin doch... Der hat auch gerade geschnuppt. 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 Bei den Sandsecken liegt noch einer. Oh Mann, ist das ein dummes Tool. Die werden immer einsortiert. Zwei einzelne Items in der Vierer-Slot. Das ist ja auch nicht die letzte Patrone aus denen rausquetscht. Wenn du die Mechs in den Lärm machst. Ja, ja. Da bleibt eine drin. Ja. Habt man gemerkt. Warum? Warum? Das ist jetzt unsere Kiste. Ach. Ich weiß nicht warum. Ach ja. Das Raum 4C, den hab ich auch umgelegt. Der hat auch genascht. 95er Magazin. Ich komm raus. Hast du hinten schon einen Straubahn gemacht? Ne? Ne. Ne. Ich dachte erst, die sind da hinten drin, weil die Stimmen von dort kamen. Ah, die waren schon groß. Ah, genau. Ja. Was kommt denn? Ja. Das war ja das Ziel. Ich streite mich. Das war ja. Das war ja. Das war ja. Das war ja. Das war ja wirklich. Sperf O, B scoot. Sperf O, B0. Sperf O, B0. Hier liegt es gerade über so einem Dreck, Junge. Geil. Hat er sich überdient? Ja, redlich. Hm. 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 Das war's für heute. 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 Das ist da hin. Eine Granate haben sie auch noch. Ach. Komm mir. Das ist die weg. Die Granate hier rein. Da wird's dann schaltern können. So, ich mach mich raus. Ich dachte, der scheiß Boss ist mal da unten, dass ich den mal umlege. Den Fettsack. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute, was Rang und Namen hat. Mhm. Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.